Liebe Fahrgäste, zur Zeit heißt Fürsorge vor allem Abstand halten. Achten Sie außerdem auf Handhygiene und Husten in die Armbeuge. Wir bringen Sie immer gern ans Ziel, aber gerade jetzt bitte nur, wenn es für den Arbeits- oder Versorgungsweg wirklich nötig ist. Für Ihre eigene Gesundheit und die aller anderen. Vielen Dank.